Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer weiteren One-Piece-Tierlist. Diesmal beschäftigen wir uns mit den mächtigen Logia-Teufelsfrüchten, die mit unter anderem zu den mächtigsten Teufelsfrüchten überhaupt in One-Piece gehören. Alle miteinander, weshalb es hier auch nur einen C-Rang gibt. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich am Ende dieses Videos eine dieser Teufelsfrüchte auf diesen Rang ranke, denn diese Logia-Früchte bringen einen riesengroßen Vorteil mit sich, außer eine ganz spezielle, auf die komme ich dann noch zu sprechen. Denn es ist erstmal schwierig, den wahren Körper des Nutzers zu treffen, sofern man nicht über Haki verfügt. Und Rüstungshaki ist eine Sache, aber ich denke, man braucht sogar beide Haki-Formen, also auch Observationshaki, um den wahren Körper überhaupt auszumachen und ihn dann eben mit dem Rüstungshaki zu treffen. Und nicht jeder Charakter verfügt über diese beiden Fähigkeiten im Paradies auf der ersten Hälfte der Grand Line schon gar nicht. Und selbst in der Neuen Welt, wo das eigentlich zum Standard gehören sollte, können es auch noch lange nicht alle Charaktere. Also man hat einen riesigen Vorteil und deshalb werden auch der ein oder andere Charakter vielleicht ein bisschen selbstgefälligt, ein bisschen zu selbstbewusst und verlässt sich zu sehr auf die Teufelsfrucht. Aber wir haben hier auch Charaktere, die es einfach zu schlagen gilt in One Piece, wenn man zu dem mächtigsten Charakter überhaupt gehören will. Wir beginnen wie immer ganz vorne und wir fangen an mit Borsalino, den meisten besser bekannt als Kizaru, der gelbe Affe der Marine, ein Marineadmiral. Und wir haben hier die Pikapikanomie, die Funkelfrucht oder auch die Lichtfrucht. Und die hat es wirklich in sich. Denn nicht nur, dass man damit Laser verschießen kann, die sogar in die Pazifista eingebaut wurden, mit Hilfe dieser Teufelsfrucht. Nein, man kann sich auch mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und auf so ein Tempo muss man erstmal kommen. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob man ohne diese Teufelsfrucht überhaupt so schnell sein kann. Und um einen wie Kizaru zu besiegen, hier reden wir natürlich von einem sehr, sehr starken Charakter. Naja, da musst du schon ein sehr, sehr gutes Observations-Haki haben, um ihn überhaupt kommen zu sehen, um ihn überhaupt abwehren zu können und natürlich, um ihn dann auch später treffen zu können. Also aktuell fallen mir da eigentlich nur die heftigsten Charaktere in One Piece ein. Katakuri natürlich, Ruffy dürfte jetzt auf dem Stand sein, die Kaiser höchstwahrscheinlich. Aber dann, ja, dann wird es schon etwas eng. Ja, wer ist noch so schnell, wer hat ein so gutes Kenbo-Shoku, um diese Teufelsfrucht zu kontern? Mir fällt da nicht so viel ein. Und ich sage ganz ehrlich, diese Teufelsfrucht gehört für mich ganz nach oben. Dann kommen wir zur nächsten. Wir haben hier die Gasogasonomi, die Gasfrucht von Caesar Crone. Und ich denke, wir können uns alle einig sein, dass Caesar Crone zwar ein sehr cooler und lustiger Charakter ist, aber für diese Gasfrucht, naja, vielleicht nicht ganz der richtige Charakter. Ein anderer Charakter hätte wahrscheinlich viel, viel mehr aus dieser Teufelsrucht rausgeholt. Und da es nur oberflächlich behandelt wurde und trotzdem schon krasse Fähigkeiten gezeigt hat, wie beispielsweise Leuten den Sauerstoff zu entziehen oder diese zu vergiften oder halt eben auch sein Spiel mit dem Feuer, naja, das war doch schon ziemlich heftig. Und ich denke, die Möglichkeiten, die gehen nur noch nach steil nach oben. Und ja, bei dieser Teufelsfrucht muss man ganz ehrlich sagen, ich würde sie hier mal auf S ranken. Das schulde ich hier mal Caesar Crone nicht, weil ich den Charakter nicht mag und deswegen denke, dass diese Teufelsfrucht schlecht ist. Aber er ist halt eben schon ein sehr genialer Wissenschaftler. Man kann halten, was man will von ihm. Er ist ein bisschen lustig, aber ich denke, nach Vegapunk gehört er unter anderem noch zu den Top 3. die wir gerade haben. Ein bisschen verrückter als Vegapunk. Und wenn ein Wissenschaftler schon nur das rausgeholt hat, naja, vielleicht ist dann wirklich nicht mehr mehr rauszuholen. Es wäre natürlich cool, aber naja, ist vielleicht wie bei der Operationsfrucht von Trafalgar Law. Da kommt ja auch nur ein richtiger Chirurg, ein richtiger Arzt damit zurecht. Und hier haben wir die Gasfrucht. Da brauchst du vielleicht auch einen guten Wissenschaftler. Als nächstes haben wir die Schlammfrucht oder auch die Sumpffrucht von Karibu. Und ja, hier haben wir auch wieder so einen Charakter, der, naja, eigentlich eine zu mächtige Teufelsfrucht hat und nicht so viel gezeigt hat damit und auch sich natürlich auf diese Teufelsfrucht verlassen hat. Deswegen hat er ein böses Erwachen in der neuen Welt bekommen in Form von P.coms, der ihm mal gezeigt hat, was Haki ist und dass man sich eben nicht nur auf seine Teufelsfrucht verlassen kann. Allgemein denke ich aber trotzdem, dass diese Teufelsfrucht mehr rausholen könnte, als sie bisher gezeigt hat. Aber es ist mehr so eine Jutenli, also ich würde sagen, so eine nützliche Teufelsfrucht, als eben eine, die stark für den Angriff ist. Also eher etwas, wo den Gegner behindern kann, den Gegner vielleicht sogar erblinden lassen kann und womit man sich selbst schützt und womit man auch nochmal ein extra Lager hat, falls man viele Sachen mitnehmen muss. Aber auch hier haben wir gesehen, dass das begrenzt ist. Ich würde mal sagen, diese Teufelsfrucht würde ich hier mal auf A, naja, vielleicht auf B ranken, aber auch nur im Vergleich zu den anderen Logia, die hier noch kommen werden. Vielleicht, wenn wir jetzt hier andere Teufelsfrüchte hätten oder alle Teufelsfrüchte, würde sie vielleicht nach oben gehen, aber ich vergleiche sie ja hier nur mit den anderen Logia-Früchten. Dann haben wir die Sandfrucht, eigentlich eine der ersten Logia-Früchten, die wir kennengelernt haben, neben der Rauchfrucht. Aber sie hat einen ganz großen Nachteil, Flüssigkeit. Und das nicht nur dadurch, dass wenn man ins Meer fällt, dass man dann eben seine Kräfte verliert und untergeht wie ein Stein. Nein, das haben ja alle Teufelsfrüchte. Nein, Wasser insgesamt ist ein großer Nachteil bei dieser Teufelsfrucht. Oder hat das auch mal in einer SBS erklärt, Flüssigkeit, normalerweise ist der Regen nicht so schlimm für Teufelsfrüchte und also Teufelsfrucht-Nutzer. Die können damit eigentlich noch ganz gut weiterkämpfen, wenn man sich auch mal ein paar Kämpfe von Ruffy ansieht, die auch teilweise im Regen stattgefunden haben. Dann merkt ihr, ja, das hat ihm gar nichts ausgemacht und er könnte auch ganz normal duschen, ohne seine Kräfte zu verlieren. Aber bei Krokodil in der Sandfrucht, da ist das etwas anderes. Flüssigkeit ist sein absoluter Feind und deswegen sage ich, hm, zu den ganz krassen kann sie dadurch leider nicht gehören, aber sie ist natürlich krass und deswegen würde ich sie mal hier auf A ranken. Jetzt werden sich wahrscheinlich wieder viele aufregen, was die Sandfrucht nur auf A, die muss auf SS Plus sein, was Krokodil uns damit gezeigt hat. Ja, aber die Nachteile, die müssen wir auch immer wieder in Betracht ziehen und sie ist die Einzige, die tatsächlich eben diesen blöden Nachteil mit der Flüssigkeit taten. Und dann kommen wir, ja, zu einem der Fan-Favorites überhaupt. Kommt er zurück oder kommt er nicht zurück? Zumindest in dieser Tierlist ist er dabei. Gottähne mit der Goro-Goro no Mi, der Donnerfrucht. Und hier können wir natürlich davon ausgehen, dass wir hier eine Teufelsfrucht haben, die mitunter eine der zerstörerischsten Teufelsfrüchte ist. Darüber hinaus verstärkt sie unabsichtlich noch so als passiver Effekt, das Observations-Haki. Dadurch war Enel in der Lage, im Grunde ganz Skypia zu überwachen und er konnte auch jeden auf Skypia angreifen, ohne überhaupt in der Nähe sein zu müssen, wegen dieser Teufelsfrucht. Und er konnte sehr hohe Voltzahlen erreichen. Klar, sie hatte einen großen Nachteil gehabt. Die Gummifrucht, zumindest so lange sie noch die Gummifrucht ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, ist es noch die Gomo-Gomo no Mi, war natürlich der große Nachteil. Aber auf den musst du erst mal kommen. Das ist nicht so ein großer Nachteil, wie jetzt beispielsweise bei Crocodile, denn es kann auf mehreren Inseln regnen und Wasser und Flüssigkeit ist überall vorhanden. Aber einen Gummi-Typen zu treffen, ja, das ist eine Chance von 1 zu 1 Million. Leider hat Enel das Pech gehabt, aus Skypia genau auf Ruffy zu treffen. Beziehungsweise Skypia hatte Glück gehabt, dass Ruffy dort war. Aber ansonsten finde ich, das ist eine der stärksten Teufelsfrüchte, die wir in One Piece haben. Und deswegen kommt die für mich hier ganz klar auf S+. Dann kommen wir zur Gefrierfrucht, die Hihi no Mi von Kusan. Und Kusan ist ein absoluter Fan-Favorite. Und hier sind wir wieder im Grunde bei Nachteilen, denn der größte Nachteil, die jede Teufelsfrucht hat, hat diese Teufelsfrucht eben nicht. Denn selbst wenn er ins Wasser fallen würde, er könnte ja in Windeseile, in Sekundenbruchteile, das Wasser unter ihm oder die Flüssigkeit unter ihm eben in Eis verwandeln und er würde da nicht reinfallen und könnte sich damit noch einmal retten. Ja, Angriffstechnik hat diese Teufelsfrucht natürlich auch einiges zu bieten. Sie wird natürlich auch irgendwann an ihre Grenzen kommen. Wir haben es gesehen, oder beziehungsweise wir hätten es gerne gesehen im Kampf gegen Akainu. Aber trotzdem haben wir hier eine Teufelsfrucht, die offensiv, sowohl defensiv, ziemlich krass ist und natürlich auch noch nützliche Fähigkeiten darüber hinaus hat. Und auch diese Teufelsfrucht, ich muss es einfach sagen, muss ich hier auf S plus ranken. Ich weiß nicht, wie das kommt, aber wir haben mit den Logia-Teufelsfrüchten einfach überkrasse Teufelsfrüchte. Und jetzt kommen wir zu dieser speziellen Logia-Frucht, die ich am Anfang schon erwähnt hatte. Denn während bei den anderen Logia-Früchten es nötig ist, den wahren Körper zu finden und diesen zu treffen, ist das bei der Yamiami-Nomi, der Dunkelheitsfrucht, etwas anders. Denn die zieht alles an. Die Dunkelheit zieht alles an. Demnach eben auch alles auf den richtigen Körper. Das heißt, Blackbeard kann sich nicht in der Dunkelheit verstecken. Das klingt zwar falsch, ist aber in One Piece hier mit der Dunkelheitsfrucht richtig. Und deswegen bekommt er alles ab. Und er bekommt es teilweise sogar doppelt und dreifach ab. Wir haben das nämlich richtig gut in Impel Down gesehen. Da konnte sogar Ruffy ihm Schaden zufügen, obwohl Blackbeard zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich haushoch überlegen war. Und Logia-Nutzer. Und Ruffy zu dem Zeitpunkt absolut noch gar keine Ahnung von Haki hatte. Also, das ist natürlich ein großer Nachteil bei dieser Teufelsfrucht. Aber wir haben die großen Vorteile auch natürlich gesehen. Und Blackbeard ist jetzt nicht so der Charakter, der sich speziell diese Teufelsfrucht ausgesucht hat, wenn diese nicht eben diese krassen Vorteile hätte. Vielleicht ist auch diese Teufelsfrucht der Grund dafür, dass er die Gura Gura Nomi ebenfalls halten kann in seinem Körper. Dass quasi die Dunkelheitsfrucht einen extra Slot hat, womit man quasi die Kräfte einer Teufelsfrucht anziehen kann und dann eben immer wieder abgeben kann. Dass er gar nicht wirklich die Gura Gura Nomi gegessen hat, sondern eben nur die Kräfte der Gura Gura Nomi absorbiert hat und immer wieder abgeben kann. Wäre auf jeden Fall eine Theorie dazu, dass Blackbeard zwei Teufelsfrüchte essen kann, weil er im Grunde ja gar keine zwei Teufelsfrüchte gegessen hat. Finde ich immer noch eine der besten Theorien, wenn es um dieses Thema geht. Und hier gebe ich natürlich meinem Lieblingscharakter ein paar Vorschusslorbeeren. Wir wissen, Blackbeard ist ein genialer Charakter. Er plant alles jahrelang hinaus und vorher und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht sich eine der stärksten Teufelsfrüchte ausgesucht hat. Deswegen landet auch für mich die Dunkelheitsfrucht ganz oben. Weil ich denke, auch ein anderer Charakter würde mit dieser Teufelsfrucht ziemlich krass sein. Aber ich denke, mit Blackbeard haben wir schon vielleicht sogar den besten Charakter für diese Teufelsfrucht. Dann kommen wir zur Schneefrucht und hier haben wir etwas Besonderes, denn Oda selbst hat in einer SBS bestätigt, dass sie ja eigentlich die schwächere Version der Hihinomi, der Gefrierfrucht von Kusan ist. Das heißt, wir können sie schon mal nicht auf die gleiche Stelle werten. Und diese Teufelsfrucht hat auch immer mal so ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt. Wenn es um das Thema Wasserfrucht geht, ihr kennt meine Meinung oder beziehungsweise ich werde sie euch jetzt nochmal erzählen. Es kann keine Wasserfrucht in One Piece geben. Das widerspricht den Regeln von One Piece. Und dann wirft immer jemand ein, ja, aber die Frucht von Monet ist ja die Schneefrucht und Schnee besteht ja aus Wasser beziehungsweise ist ja eigentlich so etwas, ja, gelinde gesagt, also vereinfacht gefrorener Regen. Also muss es ja doch irgendwo eine Teufelsfrucht geben. Und hier werfe ich mal wieder den Bogen zur Sandfrucht, dass Regen und fallendes Wasser wie unter einer Dusche nicht zum Meer gehören. Zum Meer gehören aber im Grunde alle stehenden Gewässer. Also auch ein kleiner See kann das Meer sein und demnach auch Teufelsfrucht Nützer eben beeinflussen. Ja, deswegen sitzt ja auch Ruffy immer, wenn er in so einer Art Whirlpool sitzt, immer sehr abgeschlafft dort, weil auch das ihn und seine Teufelsfrucht beeinflusst. Und deswegen, ja, spielt das im Grunde bei Monets Teufelsfrucht auch keine Rolle. Wir können auch natürlich hier nochmal festhalten, es ist die Yuki Yuki no Mi, die Schnee Schneefrucht, ob sie damit überhaupt Wasser erzeugen kann oder selbst in dem heißesten Land, ich nenne jetzt mal als Beispiel Alabaster, es ist ja ein Wüstenstaat, würde der Schnee trotzdem Schnee bleiben, er würde nicht schmelzen, versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Das heißt, sie könnte demnach keinen Regen erzeugen. Das ist zumindest meine Meinung, aber selbst wenn, bräuchte sie natürlich dafür Hilfmittel und kann dann vielleicht das Wasser aus dem der Schnee geworden ist, gar nicht mehr kontrollieren, so wie sie vorher den Schnee kontrolliert hat. Alles in allem, trotzdem eine ziemlich gute und nützliche Teufelsbruch, die leider irgendwo verschwunden ist. Ja Leute, Monet ist tatsächlich gestorben, nicht bei der Explosion oder so etwas, sondern ihr Herz wurde durchbohrt von einem spitzen Eisenstück von Caesar Crone und deswegen muss sie eigentlich gestorben sein. Es gibt noch ein paar Theorien, wie sie es doch noch irgendwie geschafft hat zu überleben und es gibt viele Theorien, wo könnte die Yuki Yuki no Mi jetzt sein? Könnte Nami sie bekommen? Ich hatte auch mal die Idee, dass Tashigi diese Teufelsfrucht bekommen könnte, aber Phenologia-Frucht finde ich es ein bisschen komisch, wenn die nicht nochmal irgendwie irgendwo auftauchen würde. Demnach aber trotzdem setze ich diese mal auf den A-Rang. Dann haben wir die zweite Teufelsfrucht hier in dieser Liste, die eine schwächere Teufelsfrucht einer anderen Teufelsfrucht ist, die direkt danach kommt. Wir haben hier natürlich die Mera Mera No Mi, weitaus bekannt durch Ace. Mittlerweile hat Sabo diese Teufelsfrucht und es ist natürlich die schwächere Version eben der Teufelsfrucht von Akainu. Und jetzt werden natürlich wieder viele, die in Physik gut aufgepasst haben, sagen, ja aber Feuer kann ja doch heißer werden als Magma. Und dazu werfe ich wieder eine Aussage aus der SBS ein, denn Oda hat selbst gesagt, die Feuerfrucht ist schwächer als die Magma-Frucht beziehungsweise die Magma-Frucht ist die überlegene Version dieser Feuerfrucht, aber trotzdem finde ich die dennoch ziemlich, ziemlich stark, diese Teufelsfrucht und wir haben es ja im Ace-Manga gesehen oder in der Ace-Novelle gelesen und dort hat ja eben Ace wirklich höhere Levels mit diesem Feuer erreicht, er wurde heißer und konnte am Ende sogar Whitebeard ein bisschen Schaden zufügen und wir wissen nicht, wie stark Sabo damit werden kann und vielleicht wird ja Akainu der große Gegner von Sabo und besiegt ihn am Ende mit der Feuerfrucht, weil er eben noch heißer werden kann, aber trotzdem würde dann die Magma-Frucht standardmäßig stärker bleiben, es ist sehr kompliziert an dieser Stelle, wir müssen natürlich gucken, was Oda daraus macht, für mich landet diese Teufelsfrucht dennoch auf den S-Rang, ich denke mit einer Feuerfrucht bist du einer der stärksten in One Piece, egal was du sonst so kannst und weil wir auch jetzt schon weit über diese Teufelsfrucht geredet haben, Magu Magu Numi, die Magma-Frucht und bei dieser Teufelsfrucht denke ich mir halt auch, wie willst du jemanden wie Sasazuki, wie Akainu besiegen, wenn du das Ryohaki nicht drauf hast und den Gegner berühren musst, ja Whitebeard hat das ja so ein bisschen umschifft, auch mit der Gura Gura No Mi und höchstwahrscheinlich hat er das Ryohaki eingesetzt, aber stellt euch mal vor, ihr seid Ruffy vor dem Timeskip und wollt Akainu angreifen und dieser Typ besteht aus Magma, du würdest dir buchstäblich, die Finger verbrennen daran und wenn du Pech hast, ja, dann hält er dich in diesem Magma gefangen und du kommst gar nicht mehr raus, du verlierst Gliedmaßen dabei oder Schwerter, kommt natürlich darauf an, wie stark dein Haki ist, ob du dich dagegen wehren kannst, Whitebeard selbst hat in Marinafort das halbe Gesicht gegen Akainu verloren und ich denke, wenn wir das nächste Mal Akainu in Aktion erleben, dann werden wir nochmal eine krassere Version von dieser Teufelsfrucht sehen, absolut gehört für mich diese Teufelsfrucht ganz oben dabei. Dann kommen wir zur Rauchfrucht und viele sagen hier, ja, das ist ja so ein bisschen die unterlegene Frucht der Gasogasonomie, der Gasfrucht von Caesar Crone, wurde von Oda jetzt nicht so bestätigt und zu dem Zeitpunkt, wo er überlegene Teufelsfrüchte enthüllt hat, gab es diese Teufelsfrüchte ja schon beide, das heißt, das kann nicht so ganz stimmen, aber ich muss natürlich den meisten Leuten, die das denken, recht geben, ja, die Rauchfrucht ist tatsächlich jetzt nicht so krass wie die Gasfrucht, auch wenn man, und da habe ich mich ja in der Vergangenheit auch mal informiert, Rauch ja extrem heiß werden kann, aber da sind wir natürlich wieder an so einem Punkt und ich hätte das bei der Feuerfrucht schon sagen müssen, ab irgendeiner gewissen Gradzahl ist es doch egal, wie heiß dieses Feuer ist, es brennt dir die Haut vom Körper, mehr brauchst du doch im Kampf eigentlich gar nicht, weil du ja nicht irgendwie mehr Schadenspunkte erreichen musst, wie in einem Rollenspiel, sondern du musst nur deinen Gegner damit besiegen können, aber was Smoker tatsächlich damit gezeigt hat, war halt nicht viel und ich möchte jetzt hier Smoker nicht schlechtreden oder so etwas, weil ich denke, Smoker ist schon jemand, der es extrem drauf hat, ich meine, er war die Wand vor der Grand Line im East Blue, da kam keiner durch und ich sag's wie es ist, Leute, nicht mal die Strohbande wäre wahrscheinlich durchgekommen, wäre Dragon nicht aufgetaucht und hätte Smoker davon abgehalten, ja, da wäre Ruffy niemals auf die Grand Line gekommen, das muss man sich mal vorstellen, also sie ist natürlich für eine Logia-Frucht top, ja, und vielleicht auch ein bisschen besser als die meisten anderen, aber ich finde jetzt nicht, dass sie stärker ist als die Sandfrucht oder die Schneefrucht, ich würde sie mal wirklich, weil sie auch eher so eine Teufelsfrucht ist, die auch sehr nützlich sein kann, das Smokebike fand ich ziemlich, ziemlich cool und wenn man wirklich ein starker Charakter ist und vielleicht muss man stärker sein als Smoker, dann kann man natürlich seine Angriffe auch noch beschleunigen, wir haben das ja im Punk-Hazard-Arc von Smoker gesehen, aber es hat halt nicht gereicht, ja, er ist im Grunde gegen die wichtigsten Charaktere, hat er den kürzeren gezogen und war nicht stark genug und da stellt man sich natürlich die Frage, würde ein anderer Charakter damit stärker werden, klar, wenn du ein krasseres Haki hast, natürlich, aber viel mehr holst du aus dieser Teufelsfrucht halt eben auch nicht raus, ja, ist nützlich, sehr, sehr nützlich und damit sind wir quasi eigentlich schon am Ende, ja, wir haben leider offiziell nur elf Logia-Teufelsfrüchte im Kanon von One Piece und wie angekündigt, es ist nichts auf dem C-Rang gelandet und selbst die beiden hier auf dem B-Rang sind immer noch krasse Teufelsfrüchte im Vergleich zu allen anderen Teufelsfrüchten, aber eben im Vergleich zu anderen Logia, die wir hier haben und das sind einfach mal die mächtigsten Teufelsfrüchte, gerade die oberen fünf und ich würde sogar noch die anderen vier jetzt auf S und A dazuzählen und ganz ehrlich, persönliche Meinung, B, ich hätte auch die beiden Teufelsfrüchte gern, also ich könnte mich nicht entscheiden, wenn ich eine Teufelsfrucht hätte und mir würde eine von diesen elf Teufelsfrüchten anbieten, ich würde sie alle nehmen, ja, kommt natürlich drauf an, ob ich die freie Auswahl habe oder ich nur eine davon bekommen würde, ich denke, wenn man alle diese elf Teufelsfrüchte in einen Sack tun würde und jemand würde ziehen, du würdest keine Niete ziehen dabei, Logia-Früchte sind immer noch etwas ganz Spezielles in One Piece, deswegen gibt es auch so wenige davon und damit sind wir hier am Ende, ich hoffe, ihr seid mit meiner kleinen Tierlist hier zufrieden und wenn ihr Lust habt, selbst diese Tierlist zu machen, ich habe sie euch wie immer unten in der Beschreibung verlinkt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was hättet ihr vielleicht anders gemacht und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Tierlist und natürlich viel mehr One Piece Content, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch für euer Einschalten und Zusehen, bleibt gesund, bleibt am Leben und bleibt mir gebogen, Ade!